Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Modern Warfare 2 Frei für alle auf Estate mit mir, dem Moritz, dem Florian und den Alexis Hiho, hi Wir spielen mit den normalen Waffen einfach eine Runde FFA 10 Minuten lang, danach irgendwas anderes, mal schauen Ja, vielleicht können wir ja mal online zocken, wenn wir so wenige sind, das können wir auch mal machen Wir probieren jetzt erstmal 10 Minuten FFA Genau Mit Moritz, dass man auf Touren kommt und Uprage müssen Ja, und danach nehmen wir dann direkt Battlefield auf Ja, richtig, da macht ihr dann... Also, spielen wir mit taktischen Waffen oder ohne? Ahahaha, das schneide ich raus Da sind wir überhaupt in dem Ausnahme-Channel Nein! Nein! Also, ich bin mal kurz auf dem Deathmove uns Ja, genau, macht das mal So, da sind wir wieder Voll vergessen Ja, kann ja mal passieren Ja, ja, jetzt Kann's mal wieder passieren Ja, ja, jetzt Kann's mal wieder passieren Nicht wahr? Okay, da kann man nicht rüber Ja, wo bleibt ihr denn? Macht ihr jetzt taktisch oder was? Ja, taktisches Warten Loll Wie ich daneben geballert habe Na, deswegen dachte ich, du kickst mich auch nicht mehr, aber... Wunderschöne Bäm! Hattet der da unten so? Nee, nee. Guckst du auf die Küche, Mann, den Sand? Da spawnt er genau bei mir, ey. Ach du Scheiße, war ich schlecht. Ja, wie schlecht mit der AA-12 oder was wollen wir das für eine schacken Waffe ist? Moritz wird gay, pass auf, Alexis. Hätte auch eine Shotgun genommen. Ja, weil du eine hattest. Ja, 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 ja. Ich hab keine. Das war aber... Dann haben wir ja jetzt schon ein schwule Pärchen. Ja, mit der Scar, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Geklettet. Echt? Die hing an mir? Jo. Oh, die Scar ist jetzt grad am rein. Ich hab es einfach nie zu messern. Ich hab die auch nicht gemessen, ich hab geschossen, aber... Sie haben sich vorher gesehen, wir sind aber auf die Ecke gegangen. Ich dachte, der kommt jetzt zu, aber. Leute, diese AA-12 hat ja gar keine Reichweite. So eine Schutte. Oh, wer hat immer hier dies, das meint, dass ich nicht auf dem Bild sehe. Ey, das gibt's. Boah, die Semtex, ne? So, eure Fixer eine. Jetzt kriegst du dich Semtex in den Arsch geschoben. Ach ja, schwulen Pärchen. Ich dachte, wir spielen und los. Boah, wie schlecht, Alter. Mit der UMP jetzt wird's hier gay, Alter. Wenn du auf der Welt bist. Hier entspricht gerade allen Formaten des gay-Seins. Nicht des gays Frödi-Sein, sondern des gays Schwul-Sein. Alter, ich hab gar nichts gesehen, Mann. Da ich auch immer. So. Darin nehme ich auch mal die Skaha. Ne, Moritz, wenn man so tief Scheiße steckt, dann sieht man nicht mehr viel. Boah, Alexis, was geht das denn jetzt hier für'n Abfuck? Ja, lol, ich flashe mich selbst, Alter. Und dann kämpft Moritz unten im Gewächshaus. Hä? Mit der UMP, ja genau. Ja, das ist deine Woche, ja. Ja, aber die töte nicht so schnell. 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 Ach scheiße, ich kann ja nicht mal unterbrechen. Ach, das ist blöd. Wenn's dir ne G36 geben würde, dann würde ich nodenieren. Dann zocken wir nächstes Mal ne Ronde MW3. Oh, Alter. Warum nehmen sie jetzt schon wieder so ne Kack-Grab? Gibt's bei MW3 ne? Gibt's bei MW3 ne? Kennst du da was? Ja. G36, zick. Star. Oh, super. Ich weiß nicht, warum die Waffe so schön ist, Alter. Das ist so ne Schattenart-Punizeiwag. Geil. Die Enfield ist geil, Alter. Oder so ne Thompson. Alexis, bitte endert dein Bild unten wieder, Alter. Das sieht so hässlich aus. Mann, was? Dein Bild unten. Das sieht so hässlich aus. LOL, LOL. Guck dir mal die Killcam an, Mann. Guck dir das mal an. Ich. Puh. Ja, wir haben jetzt Vollmantel wieder drauf, Bratz, Alter. Ne, da hab ich keinen Vollmantel. Was dann, Alter? Äh, Griff und Visier. Oh, Junge. Warum nimmst du jetzt ein fettes MG, ganz ehrlich? Pack das weg, Schmoret, ey. Ich seh nix. Ich dachte, wir spielen mit NoWomo, Alter. Alter. Lass mich da hoch. Äh, ihr kämmt immer durch Scheiße. Du weißt, taktisches Warten. Jaja. Junge, das ist äh... Taktisches Warten. COD. Kein Battlefield. Ja, trotzdem taktisches Warten. Ja, ja. Und man kann auch in so'n Spiel taktisches Warten machen. Bin noch für Waffen alles dabei. Ne, Vector. Ja, nehm ich mal. LOL, Alter, hab ich mich fast übersehen. Oh. Mit einem anderen Futter schaffst du's nicht. Oh, da ist jetzt echt zu viel Gay-Action im Spiel. Puh. Alter, war der die ganze Zeit im Wartezimmer? Ne, ne. Ach. Ach. Ja, wie bist du sonst dahin gekommen? Ich war doch die ganze Zeit oben. Hä, hast du echt auf 10 Minuten gestellt? Es sind noch 1,50. Ja, anscheinend schon. Ach. Ich krieg aber keine Angst für das Mal. Hier mit euren... Ja, hier mit euren... Ja, hier mit euren... Ja, vor allen Dingen Mobels mit deiner Wuckelwaffe da. Guck mal, wie schlecht die ist, Alter. Vorräte bereit zur Auslieferung. Wo sollen sie hin? Ja, Junge, da kann man draufpratzen. Da kann man... Jetzt hab ich ausgetrickst. Was? Was? Ah, ich war zu. Das war... Die Handlung war für Alexis zu schnell. Tom, schneller. Komm, ich will euch noch richtig viel machen jetzt. Ne Konterdrohne, jetzt fühl ich mich aber stolz. Boah. Boah. Jetzt könnt ihr nichts sehen, ja. Boah. Das bringt mir auch so viel. Jetzt schleicht mal hier nicht so rum. Jetzt macht mal Action in den letzten 30 Sekunden. Mach ich doch. Komm. Ich renn hier rum, haut ihr. Puh. Ich hab genau da ne Granate geworfen. Nein. Ich bin Splash-Star. Jetzt kommt wieder die Granate auf dich. Achtung, weindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Ja, mit der Backpuck, wenn Moritz nix mehr reißt, dann nimmt der echt... Ich wuchte überhaupt nicht. Kannste ehrlich? Aha. 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 Jetzt fühl dich nicht gut, Juno, mit deinen Spielen. Eisegut, Mann, Junge. Total. Ja, okay. Dann, bis zum nächsten Mal. Tschau. Okay.